moin was geht exo hier heute reden wir mal über das script cheaten ein abonnent hat mich darauf angesprochen hey macht doch mal ein video weil es gibt durchaus auch ich sag mal usb sticks oder sonst irgendwelche externen geräte die an dem controller angeschlossen werden oder an der playstation womit du halt script cheaten kannst da gibt es einmal chronos max chronos zen titan one titan two und das strike pack oder script cheaten das kannst du auch zum beispiel anwenden wenn du was weiß ich mit irgendwelchen makrotasten oder so spielst und die die belegst ich habe beispielsweise auch hier eine steel series tastatur die war etwas teurer damit kann ich wirklich alles einstellen könnt ihr mir auch zum beispiel jetzt dass er sich automatisch hinlegt oder so könnte ich mir auch alles einstellen also mit computer maus tastatur geht das alles noch viel einfacher es gibt ja auch mäuse die haben gefühlt 20 30 tasten da dran da muss ich wohl keinem was erzählen das ist auf jeden fall auch möglich aber heute reden wir mal nur über dieses sticks oder halt mod packs die du an den controller anschließen kannst für die playstation xbox die du aber auch an dem pc verwenden kannst das schauen wir uns heute mal an diese sticks sind gemacht um an jeder x-beliebigen konsole mit jedem x-beliebigen controller zu spielen diese sticks werden auch auf ladenpartys oder laden tournaments verwendet auch in der cdl also in der pro league wo die ganzen pro spielen werden diese sticks auch verwendet denn diese sticks haben einen sogenannten tournament modus wenn ihr in einer halle voller hunderte oder tausende menschen sitzt müsst ihr euch vorstellen jeder hat ein mobilfunktelefon dabei und diese mobilfunkgeräte stören nämlich das bluetooth signal von den kontrollern auch wenn man kabel anschließt ist manchmal trotzdem noch das bluetooth signal da mittlerweile kann man es an der playstation main nicht ausstellen und dazu dient dieser tournament modus dass der controller wirklich nur per kabel läuft und nicht über bluetooth dazu hat er auch noch eine geringere latenz aber es gibt auch noch programme für den pc die die latenz auch verringern können von dem controller macht euch da einfach mal schlau falls euch das interessiert dieses video ist kein tutorial keine anleitung und befürwortet definitiv nicht diese sticks modpacks quip cheats und so weiter und so fort ich distanziere mich komplett von diesem rotz genauso wie von vpn spielern etc etc leute auf meinem kanal wissen dass dass ich vom cheaten in online spielen überhaupt nichts halte wenn ihr diese sticks in einem single player spiel verwendet um irgendwelche makros zu haben macht das gerne sagt wirklich kein mensch was gegen ich habe mir nämlich so ein titan one stick geholt den habe ich gebraucht bei ebay kleinanzeigen bekommen ich werde den auf jeden fall nicht irgendwo anders kaufen bei keinem offiziellen händler oder beim nischenhändler da gibt es ja glaube zwei drei stücke in deutschland die diese dinger verkaufen und die noch auf youtube bewerben da müsst ihr einfach nochmal gucken da werde ich euch aber später auch noch mal darauf hin zurück verweisen naja wir gehen einfach mal rein in das programm das würde ich euch gerne einmal zeigen und zwar haben wir hier einmal die online library visual scripting gpc compiler und den programmer dann haben wir hier die verschiedenen spiele also der sick ist gerade an ich wollte es auch mit dem chronos max programm gerne machen das geht aber leider nicht weil ihr müsst genau dieses gerät angeschlossen haben also könnt ihr euch da nicht selber mal schlau machen wie gesagt dann sucht euch hier irgendwas aus hier seht ihr auch schon mortal kombat alles drum und dran dabei tecken uncharted wolfenstein pubg halo es gibt halt hier wirklich alles wir nehmen jetzt einfach mal vorzugsweise ein call of duty modern warfare 2009 10er script ziehe ich mir jetzt einfach mal bei der neuen rein so dann geht das ganze ding an hier auf ihr seht ihr auch schon ihr habt ein extra fenster rapid feuer haben wir hier direkt als erstes das zeige ich euch gleich einmal da haben wir quick rapid feuer advanced und so weiter und sofort für verschiedene waffen für die shotgun für die erneuen easy akimbo und wenn wir zum beispiel den quick rapid feuer an machen dann können wir diese sachen hier einstellen heute duty time duty release also du kannst halt wirklich alles einstellen wie er schießen soll und du kannst dann dazu noch hier gewisse andere rapid feuer modus einstellen dass er nur den rapid feuer macht wenn du halt im zoom bis also im ads oder wenn du die empfindlichkeit rein drückt dass du halt auch mit ich sag mal an einem normalen stimmgewehr normal schießen kannst drückst du halt einfach die empfindlichkeitstaste rein sprich den rechten stick womit du dich um siehst und dann hast du auf einmal rapid feuer das geht auf jeden fall alternate rapid feuer hast du hier auch noch alles anti-recoil das ist jetzt das worauf ich zu sprechen kommen möchte mit dem anti-recoil da können wir einmal enable dran machen und dann haben wir hier einen wert und dieser wert den können wir einstellen wenn wir den nach links drücken dann geht die waffe ingame nach oben wenn wir den nach rechts einstellen ich sage jetzt einfach mal plus 50 was schon echt hardcore ist ich habe mal bei meiner amex geguckt die müsste so bei 30 33 liegen 50 sagen wir mal dann zieht die waffe nach unten und somit könnt ihr bei dem titan one stick halt den anti-recoil einstellen beim chrono senden oder chronos max ist das noch mal ein bisschen komplizierter da habt ihr einmal für die primärwaffe und für die sekundärwaffe und der switch dann diese einzelnen programme was hier bei diesem stick nicht geht sprich ihr habt für beide haupt und nebenwaffen habt ihr sohn so ein regler und dann stellt er es einfach ein dann könnt ihr das was weiß ich amax nennen und die zweitwaffe nennt er dann einfach ffr oder bullfrog und der chronos sen oder chronos max regelt das dann nach der waffen wechseltaste sprich bei meinem ps5 controller ist das dreieck sprich wenn ich dreieck drücke switch der automatisch auf die sekundär um und dann wieder auf die primäre das heißt ich habe bei meinem loadout waffen immer anti-recoil dann kann ich hier noch ein shot mode einstellen das heißt er macht automatischen drop oder jump shot oder so ein side shot oder auto im downsides das geht aber nur wenn ihr eine ps5 oder eine xbox dran habt am pc meines wissens funktioniert das überhaupt nicht ich habe es ausprobiert weil ich wollte euch das gerne alles zeigen aber leider geht es nicht quickscope mode geht es auch noch ist wohl selbsterklärend wenn er perfekt reingezoomt ist schießt er automatisch dann könnt ihr noch die delay time einstellen das ist zum beispiel wichtig weil eine hdr die braucht viel länger im zoom als eine x50 dann haben wir noch hold brief das heißt er kann permanent die luft anhalten oder nur wenn man diesen empfindlichkeitsstick wieder reindrückt also das ist wirklich hardcore der hält dann permanent die luft an das ist schon echt krank super sprint easy ja das ist dann dass er einen automatischen taktik sprint macht aber das kann er ja auch so einstellen im game extra features da könnt ihr die wie im spiel das ist jetzt nicht unbedingt cheaten da könnt ihr einfach r1 schießen machen statt r2 schießen bottom layout könnt ihr hier auch noch mal einstellen ist jetzt auch nichts schwerwiegendes könnt ihr wie gesagt in game auch machen ja und das war es auch schon beim chrono send könnt ihr dann noch mal viele verschiedenere einstellungen machen beispielsweise auto ping oder noch gewisse aimbots reinfügen und so weiter und so fort also versteckten aim assist ein aimbot ist meines wissens nicht möglich mit diesen dingern mit dem titan 1 und in chronos max könnt ihr auch nur controller bedienen für tastatur mausspieler gibt es sowas auch das nennt sich dann chronos zen oder auch titan 2 so da sind wir auch schon in game ich habe für meinen rapid fire test habe ich mir einfach mal die fl eingestellt wie wir wissen dass es ein einschlusssturmgewehr und wenn man triggert dann ist das halt so schnell würde ich einfach mal sagen je nachdem wie schnell man ist ne so jetzt an meinem titan 1 ist das so ich muss das an dem gerät extern umstellen das heißt ich drücke da eine taste und dann switch der die programm ich gehe jetzt einfach mal in eins rein das ist mein rapid fire programm wie gesagt beim chronos max und sen könnt ihr das über die gewissen tasten am controller machen also da müsst ihr nicht noch mal das kann man direkt innerhalb von einer sekunde umstellen im spiel mit dem controller da braucht man nicht dran rumfummeln bei meinem titan 1 muss ich das jetzt machen aber es ist ja auch nicht so schlimm wir schauen uns das ganze jetzt mal an mit aktivierten quick rapid fire modus also das ist schon unterschied wie tag und nacht das können wir selbstverständlich auch auf die diamati anwenden oder an irgendeine andere waffe das glaube hier die erneuen das kann man bei jeder waffe anwenden ich mache jetzt hier gerade noch mal meine munition und jetzt drücke ich einfach mal nur das könnte jetzt schlecht nachvollziehen aber ich wollte euch trotzdem einmal zeigen ich drücke jetzt einfach nur einmal ganz leicht auf die taste drauf und schon hat er zwei schüsse abgegeben nur einmal drauf gedrückt also es ist wirklich echt krank so das war jetzt der rapid fire modus selbstverständlich könnt ihr den noch kombinieren mit dem anti-wecoil programm zusammen oder heim in dem quickscope mod das ist auf jeden fall alles möglich die programme sind verschiedenst kombinierbar wir schauen uns jetzt einfach mal den rückstoß an ja für noch mal für die leute die es nicht wissen in call of duty der rückstoß der geht echt hardcore nach oben und am ende vom magazin wird er halt viel viel weniger ist noch mal ein kleiner fun fact falls ihr das nicht wisst so jetzt gehen wir einmal in das amax programm rein das habe ich ungefähr auf wert 35 gestellt meine ich und ich drücke einfach mal start nimm den daumen komplett weg vom rechten stick ja am ende hat er wie gesagt echt heftigen negativ trifft das müsste ich dann noch mal verfeinern und noch mal genauer einstellen bin da ja auch kein profi drin aber ich denke fürs anschauen reicht es auf jeden fall dass ihr einmal seht was mit diesen dingern überhaupt möglich ist ist schon eine hausnummer ne stellt euch mal vor ihr passt den perfekt an und dann aimt er auf 200 meter auf einen und hat überhaupt kein recall das ist schon eine hausnummer so das ganze machen wir jetzt noch mal für die oden da gehe ich auch gerade einmal aus dem programm raus programm 0 und schieß einfach mal mit normalem rückstoß dagegen ja oden ist halt eine waffe die hat schon extrem heftigen rückstoß egal anti-recall an der links trifft lässt sich selbstverständlich nicht vermeiden bei meinen titan one stick das ist bei dem chronos sen chronos max auch einstellbar den horizontalen rückstoß und nicht nur den vertikalen rückstoß und ich nehme an wenn man sich eine halbe stunde mit seinem aktuellen loadout beschäftigt kann man damit punktgenau auf den punkt drauf lasern also echt kranke scheiße was ich euch aber auch noch mal zeigen möchte das zeige ich euch jetzt wir gehen einfach mal ich habe mir eben gerade ein m 13 hier ist er die m 13 möchte ich euch einmal gerne zeigen so jetzt habe ich hier die m 13 wir schießen jetzt einfach mal ohne diesen anti-recoil skript mod dagegen wie wir wissen die m 13 hatten ziemlich anfänger freundlichen rückstoß gut für anfänger geeignet die waffe und ich stelle jetzt einfach mal auf anti-recoil um und wir schießen dann noch mal gegen wie wir sehen die waffe driftet halt komplett ins negative und das ist genau der punkt wo ich noch mal zu sprechen darauf kommen wollte denn ihr müsst euch vorstellen in war zone gibt es ganz viele ground loot waffen in der lc 10 in der lc 10 mit griff in der lc 10 so und so weiter da gibt es ja verschiedene stufen von den bauplänen die auf dem boden liegen grau grün orange blau und so weiter und so fort lila gibt es auch noch und man müsste jetzt rein theoretisch für jede waffe und jede blaupause ein programm haben und wenn wirklich jemand diese begabung hat aus hunderte programm blitzschnell diese sachen raus zu suchen dann ist es wirklich ein hochbegabter mensch also gilt nochmal zum mitschreiben für loadout waffen sind diese sticks realisierbar für ground loot waffen würde ich es einfach knicken was man aber machen könnte wir nehmen dann jetzt einfach mal die m13 weil sie wie gesagt nicht so einen heftigen rückstoß hat und wenn man dann den perfekten wert eingestellt hat könnte man das allgemein für alle ground loot waffen übernehmen sprich du hättest allgemein einen geringeren rückstoß das wäre auf jeden fall realisierbar damit und dann könnte man einfach wenn man das loadout hat das programm switchen und hat dann das perfekte setup für die jeweilige waffe am start also wenn man sich damit beschäftigt und sich ordentlich zeit damit nimmt alles ausprobiert alles einstellt sind diese sticks auf jeden fall gefährlich man könnte jetzt was ich auch nicht verstehe warum streamer das vorgeworfen bekommen warum sie mit chronos max spielen also alle streamer die ich gucke spielen wie ich auch auf dem pc nicht auf der konsole und ich denke da gibt es noch viele andere programme solche anti recoil mods effektiver umzusetzen dass das programm direkt erkennt welche waffe er in der hand habt und so weiter und so fort ja das war es jetzt auch mit anti recoil und rapid fire ich denke das sollte jetzt für jeden verständlich sein dann gibt es noch was was man ansprechen muss das sind sogenannte aim sticks aim sticks sind wirklich das unterste vom untersten ich weiß auch nicht wie man gewissenhaft solche dinge vertreiben kann wenn ihr diesen aim assist in action sehen wollt geht einmal auf copperhead evil aim assist ich weiß nicht ob er hier für diesen shop werbung macht oder ob das ein shop ist auf jeden fall zeige ich euch die dinge einmal hier bei shop aber der hat gerade diese aim assist sticks gar nicht auf lager naja wir haben auch noch eine andere seite ist auch noch mal so eine nischen seite und zwar sind das diese aim sticks hier ganz normale usb dinge da ist so ein programm darauf das sieht dann so aus dann haben wir hier den aim assist multiplikator den können wir auf ich meine bis zu 100 prozent einstellen und dann gehen wir noch mal auf den zweiten aim assist multiplikator und können den dann auf mal 4 einstellen sprich wir haben 400 mal heftigeren aim assist 400 mal stärker greift der wie im spiel ich denke da muss ich nicht viel zu erklären wenn ihr videos sehen wollt wie das ganze funktioniert und so weiter und so fort geht auf diesen kanal hatet den auf jeden fall nicht hätte auch nicht hier diesen stevie jackson der ist ja erkennt sich ja komplett aus mit diesen chronos dingern da hält die leute nicht ihr müsst immer einen hinterkopf behalten genau wie bei diesen ganzen vpn schmutz spielern dass das ganz arme menschen sind und wer in einem spiel betrügt in einem online spiel da will ich gar nicht wissen wie die realität aussieht hättet die nicht schreibt keine blöden kommentare schaut euch ein bisschen auf den seiten um lest euch da rein damit ihr genau wisst was abgeht das ist genau das heimtückische an diesen sticks und an diesem vpn dass du es halt kaum nachweisen kannst diese leute müssen wirklich einen fehler machen dass man es sieht oder dass man verstärkten aim assist an hat da musst du wirklich keycams analysieren und ich habe keinen bock das bei irgendeinem streamer zu machen da ist mir meine zeit wirklich viel zu schade für um irgendwelche keycams permanent zu analysieren und diese sticks was hier auch genau steht das sind von hobby gamer bis zum professionellen gamer diese sticks sind für absolute schmutz menschen kein hobby gamer der leidenschaftlich zockt würde jemals so ein stick an seiner konsole oder an seinem pc machen und auch kein pro gamer würde sowas an seine konsole oder an seinem pc machen ich hoffe euch hat das video gefallen ihr könntet ein bisschen was mitnehmen ihr wurdet ein bisschen aufgeklärt im bezug auf kronis max etc wie das ganze abläuft ich bin exo haut rein bis zum nächsten mal ciao